Hallo, mein Name ist Claudia Hofmann. Ich bin vom Tierheim Kreisheim die erste Vorsitzende ehrenamtlich. Und unser Verein, unser Tierschutzverein Kreisheim-Tierheim e.V., freut sich natürlich megamäßig, dass wir zum vierten Mal in Folge bei den Weihnachtswohnern berücksichtigt wurden. Da wir für unsere Schützlinge natürlich das Geld unheimlich gut brauchen, vor allem in diesen Jahren jetzt nach Corona, wo wir voll sind ohne Ende. In diesem Sinne möchte ich mich natürlich auch bedanken bei Mensch First und Südwest-Brette, diesen unglaublichen Aufwand, völlig uneigennützig, treibend, absolut Respekt, ich ziehe meinen Hut vor euch. Ja, und das hier ist zum Beispiel eine unserer süßen Mäuse, wo noch ein Zuhause sucht, was wir auch immer suchen, sind natürlich ehrenamtliche Helfer, die in jedem Verein sehr rar sind und immer willkommen. Ja, in diesem Sinne, schaut doch einfach mal vorbei bei uns, das wäre für uns und unsere Schützlinge das schönste Weihnachtsgeschenk, dass man einfach auch ein bisschen hilft, den kleinen Wirschen, die sich nicht selber helfen können. Wir wünschen allen ein schönes Weihnachten, bedanken uns vor allem auch bei den Spendern, die dieses ganze Vorhaben überhaupt ermöglichen. Und ja, schöne Weihnachten und einen guten Rutsch.